Hey Freunde, willkommen zum heutigen Video. Heute ist eine schöne Box dran und zwar haben wir hier die Jubelbox, ein Verbundfeuerwerk von Röder für 20 Jahre Röderfeuerwerk. Wir haben hier ganze 120 Schuss auf 1610 Gramm NEM. Ist eine sehr schöne Box, die kostet knapp 70 Euro, 69 noch was. Ich habe es mir dieses Jahr bestellt und auch selbst bezahlt. Sie wird nämlich in meinem RU-Feuerwerk drin vorkommen. Ich nehme mal kurz eine Kamera ein Stück zurück. Also wie gesagt, sie wird in meinem RU-Feuerwerk drin vorkommen und ich versuche das RU-Feuerwerk so zu zünden, dass ich noch ein Einzelvideo dieser Jubelbox habe. Und ja, wie gesagt, Kat F2 und ist von Röder. Zum Thema Röder, Röder ist zum Beispiel auch unten im Link, also unten in der Beschreibung verlinkt, so meine ich das. Wenn ihr auch Feuerwerk bestellen wollt, schaut ruhig mal bei Röder rein. Ich kann euch diese Box schon mal herzlichst empfehlen für den Preis. Das ist wirklich Toppreis-Leistungsverhältnis und wie gesagt, meine eigene Meinung nicht gesponsert. Und dann würde ich mal sagen, bleibt dran, dann seht ihr im Anschluss die Jubelbox von Röder. So, jetzt kommt die Röder-Jubelbox. Mal gucken, ob wir jubeln können. So, jetzt kommt die Röder-Jubelbox. Mal gucken, ob wir die Röder-Jubelbox haben. So, jetzt kommt die Röder-Jubelbox. Mal gucken, ob wir die Röder-Jubelbox haben. Untertitelung. BR 2018